Hallo, wir sind hier beim Flowfest 2019 und es geht wieder mal um den Flow-Zustand und wie wir ihn hacken können. Und dazu nutzen wir eine Technik, die nennen wir Biohacking. Und beim diesjährigen Flowfest hatten wir wieder unsere drei Elemente. Vorträge, Workshops und Aussteller. Wir hatten wieder einen Haufen coole Workshops zur somatischen Intelligenz, zur Mobility, zu verschiedensten Techniken, um dich in den Flow-Zustand zu bringen. Und dazu die besten und innovativsten Aussteller so im europäischen Raum. Darunter Diagnostik von Saros Green zum Beispiel, was mittlerweile schon ein Staple ist in unserem Flowfest. Bereits zum dritten Mal dabei. Und das freut mich eben sehr, dass wir jedes Jahr zum einen eben viele Alte wieder dabei haben und Neue dazugewinnen. Und dieses Jahr haben wir es wirklich geschafft, das sehr, sehr gut zu kombinieren. Und darüber bin ich sehr froh und ich hoffe, dass alle, die nicht dabei waren, nächstes Jahr dann dabei sind. 2020. Weil nach dem großen Erfolg machen wir es nächstes Jahr garantiert wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.